hallo liebe freunde ich freue mich dass ihr auch heute wieder dabei seid und ihr fragt euch wo ihr diese kleine reizvolle kapelle findet wenn ihr es wissen wollt dann bleibt dran und begleitet mich auf meiner wanderung ich wünsche euch viel spaß beim anschauen und dann selbst beim ausprobieren heiners grün dieses kleine verträumte dörfchen welches unfreiwillig einen langen durmröschenschlaf hielt liegt im westen des vogtlandkreises und im sächsischen teil des historischen vogtlands und ist quasi grenzort zum bayerischen vogtland wenn ihr mit dem auto anreist dann würde ich euch den wanderparkplatz am ortsende richtung guten fürst empfehlen noch bevor wir uns auf den weg machen grüßt sie schon von weitem die wundervolle st klara kapelle für mich das highlight des ortes doch zunächst gehen wir an der straße ein stück nach unten sehen der jakobsweg führt hier auch entlang und stellenweise scheint die welt und die zeit hier stehen geblieben zu sein aber möglichkeiten zum wandern deren gibt es inzwischen hier einige doch bevor wir übers wandern weiter nachdenken bekommen wir einen ersten blick auf das schloss von heiners grün geboten dennoch steigen wir zunächst links nach oben zur angesprochenen früheren wallfahrtskapelle st klara erbaut wurde diese kapelle bereits im 12 13 jahrhundert und erinnert mit ihrer zwiebelfirmenden kuppel durchaus an kirchen im benachbarten bayern oder franken auch wenn es heute leider ein wenig trübe ist so bekommen wir zumindest einen eindruck was man bei klarer sicht von hier oben alles geboten bekommen kann denn dann soll man bis ins erzgebirge und fichtelgebirge schauen können aber unseren weg welchen wir heute gehen wollen können wir bereits sehen deshalb satt gesehen steigen wir noch unten ins dorf dabei erhalten wir noch einen weiteren schönen blick auf das schloss welches leider inzwischen in privatbesitz ist und zu wohnzwecken genutzt wird deshalb ist eine besichtigung nicht möglich also lassen wir das sehenswerte schloss ein schloss sein überqueren die straße und folgen der blauen markierung im nächsten weg teil folgen wir diesem feldweg und die devise heute ist ob an diesem kleinen teich oder auf feld und wald schauen genießen und entspannen wobei ihr kennt es ja selbst sich gelegentlich umdrehen kann ebenfalls sehr schöne blicke bzw bilder liefern ansonsten ist der weg auf dieser reichlich sieben kilometer lang tour relativ leicht zu finden zunächst immer der blauen markierung folgend und wie bereits erwähnt sogar der jacobs weg führt hier entlang wer jedoch auf nummer sicher gehen möchte dem stelle ich wie immer die links zu autoactive bzw kommode unten in die beschreibung ladet euch einfach die gps daten herunter an dieser kreuzung angekommen sagen wir der blauen markierung ade und laufen rechts nach oben ja ein klein wenig kann man hier durchaus ins schwitzen kommen aber ohne fleiß kein preis und der anblick wird doch immer schöner zumal wir geradewegs auf den weg ins himmelreich sind na zumindest ins ulitzer himmelreich da das himmelreich bekanntlich weit oben ist wird der ausblick richtung engelharz grün bösenbrunn auch immer reizvoller fast oben angekommen folgen wir weiter dem getehrten feldweg nach rechts auf der kuppe erhalten wir den ersten blick in richtung franken bzw bayern links zu erkennen die autobahn nach regensburg rechts richtung münchen später sehen wir den ersten fränkischen ort drogen und erhalten einen schönen blick weit ins land hinein nunmehr biegen wir links ab gehen wenige schritte und dann noch einmal rechts und haben den kolonnen weg der früheren grenze erreicht über diese grenze ist schon derart viel gesagt und geschrieben wurden richtiges und dummes ein thema an dem fast jeder meint sich abarbeiten zu müssen deshalb muss ich meinen sprichwörtlichen senf nicht auch noch dazu geben und mein rat macht es wie ich genießt diese eigenartige karge landschaft und natur hier oben an der grenze denn wer genau hinschaut da kann einiges interessantes entdecken beispielsweise diesen kleinen schilf bedeckten teich na was habe ich euch versprochen wir sind wirklich und wahrhaftig im himmelreich zugegeben engel in nachthemden die harfe spielen die habe ich hier nicht gefunden aber die reizvolle natur bietet ja auch so reichliches fürs auge und gemüt interessant und sehenswert fand ich beispielsweise diese felsen hier ob die als attraktion für touristen vom tourismusbüro hier hergelegt wurden was glaubt ihr von hier haben wir jedoch nicht mehr weit an der alten grenze entlang zu gehen und wir stoßen geradewegs auf die autobahn a 72 klar autobahn hört man nun einmal aber über dieses thema hatten wir uns bereits in einem früheren film ausgetauscht allerdings ist an der autobahn schluss mit wandern der kolonnen weg wurde hier unterbrochen schade eigentlich dass es keine brücke oder unterführung gibt zumal auf der anderen seite der autobahn auch ein wanderschild zu erkennen ist aber was soll es gehen wir ein kleines stück zurück und links nach unten den strommasten folgend und welch herrlichen anblick bietet von hier oben die kirche von heiners grün wie ihr seht kommen wir den wiesen weg ganz entspannt weiter nach unten und wir erhalten erneut wunderschöne ausblicke auf das schöne vogtland und das im vordergrund liegende dorf an der kreuzung der feldwege angekommen habt ihr theoretisch eine weitere möglichkeit nämlich links nach oben um erneut die grenze und den kolonnen weg zu erreichen übrigens erneut blau markiert welcher inzwischen unter der bezeichnung grünes band eine grenze der besonderen und reizvollen art darstellt übrigens ein ungemein reizvolles wanderziel und erneut sieht man von hier den alten wachturm allein einen weg gibt es von hier zum turm nicht wer jedoch zurück ins dorf möchte der geht natürlich nach unten vorbei an dem kleinen bürgenwäldchen und erreicht schließlich den dorfrand und unseren parkplatz tja und dann ist die frage nach dem wachturm wer den sehen möchte der kann die straße in richtung gustenfürst hochlaufen oder fahren das ergebnis der turm soll wohl museum werden allein bei mir war alles verschlossen sehenswert dagegen finde ich den blick auf die herrliche kirche von heiners grün welchen man von hier oben geboten bekommt allein das macht den weg hier hoch lehnenswert